Ist es wieder weg und das Spiel startet wieder. Was zur Hölle? Ich hab Pfeile. Werfen euch statt Bogen? Ich hab Pfeile für ihn. Ich hab beide einen Bogen. Marc, komm mal her. Ich hab aber... Ich hab nur einen Bogen. Ja, mein Schwert sieht aber auch nicht mehr so prickelnd aus. Ach so. Ich tausche Pfeile gegen Schwert. Marc, bleib stehen. Nein, du kriegst mein Schwert nicht. Kriegst du meine Pfeile nicht? Ja und? Ich hab noch 28. Was hättest du für nicht mehr? Leute, mich greift was an, mich greift was an, mich greift was an. Da folge ich, komm mal. Ich bin am Dings. Ich weiß aber nicht, weil, äh, ja. Ja, ich seh's. Gut. Ich hoffe, ich hab mich gerade gerettet. Ja, mehr oder weniger feige so. So, Pferdchen. Ich hab ne Eisenrüstung für das Pferd für dich. Da, Marc. Hast du mich gerettet? Ja. Ah, da seid ihr. Ich hab nur keinen Inventarplatz mehr frei. Okay, so wirklich so, jetzt. Felix, Felix, bleib mal stehen. Du wolltest noch nen Helm von mir bekommen. Da, Kettenhaube. Ähm, Name Tag. Wie benutzt man den Name Tag? Äh, keine Ahnung. Da ist noch nen Zombie drin in der Festung. Lol, Alter. Alter. Was wär's schon wieder? Kann sein, dass die Scheißviecher übel stark sind? Alter, wo kommen die denn alle her? Felix, wo warst du, als die gekommen sind? Ja, hier vorne, wo ich auch bin. Ja, keine Chance. Gegen drei hast du keine Chance? Mit nem Bogen vor allem nicht. Ach, das ist scheißegal, ob Bogen oder Schwert. Ich würd sagen, wir reiten gleich, äh, beziehungsweise gehen gleich weiter. Keiner tot? Das ist wie in den, das ist wie in den Echtzinspielen, wenn ich die Spiele spielen würde. Ich hab zwei tot bekommen, bevor ich gestorben bin. Ich lauf fünf Meter und sterb die ganze Zeit. Ja, das ist... So ist das gerade. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Hab ich nur, äh, in solchen Adventure Maps hin und wieder mal. Ja. Okay, hier ist ein Weg. War das der Weg, den wir gelaufen sind? Ja, war's gut. Oder bei Röckkönig, dass ich mich nicht genug ausgerüstet hab und dann irgendwann an einer bestimmten Stelle immer zu sterb. Ja. Und ich komm auch nicht zurück, weil da auch tausende Gegner sind. Ja, so wie es sein muss. Felix muss sterben. Ja, aber ich komm die war nicht mehr. Ja, ich meine, bevor ihr euch beschwert, habt ihr bei Seb mal bei Dark Souls reingeguckt? Noch nicht. Es ist Dark Souls, was erwartest du? Es ist Seb, was erwartest du? Oh nein, das hat nichts mit Seb zu tun. Ich hatte gerade irgendwas für Angriffe, Verletzter. Sicher? Ist nirgendwo was. Ja, Dark Souls ist immer noch das schwerste RPG, was es gibt so ziemlich. Ja. Hey, da vorne sehe ich euch. Oh, da hast du gebraut, ha? Nein, und der fängt wieder anzulecken. Was ist denn das für eine Hure? Weil war ja nur noch ein Zombie von den drei übrig. Wo auch immer der jetzt ist. Ohne Ahnung. Hallo. Wenn mein Pferd sehe, ich habe den Zombie nicht. Ich habe zwei von denen auf jeden Fall ausgestaltet. Ach ja, auch nicht. Hi, Felix. Warte jetzt einfach weiter. Warte auf uns, Swag. Wartet mal ein Stück bitte weiter. Aua, mich schlägt irgendwas. Das war ich. Lol. Zombie. Da ist ein Zombie in der Mark. Bei mir leckst du jetzt aber auch gerade. Bei mir leckst du übel. Also, ich habe hier 25 FPS. Ah, zwei Zombies. Zwei Zombies. Zwei Zombies. Ein Zombie. Ager halbes Herz. Ager halbes Herz. Ich fliege immer noch. Ager halbes Herz. Ager halbes Herz. Ager halbes Herz. Gestorben? Ja. Man bräuchte keine Kill-Liste an der Seite. Man bräuchte die Sterbe-Liste. Ja. Die wäre viel interessanter. Hm. Leute, ich drehe mich hier nur im Kreis, weil da... Ja, genau. Ich kann gerade den Zombie nicht angreifen. Das macht nichts. So, jetzt. Oh, ich habe ihn angegriffen. Oh, der ist los. Hey, Händler. Händler. Dorfbewohner. Ich bin im Yellow Oak. Bist du in diesem Denktrenn oder bist du weitergelaufen? Ich bin weitergelaufen. Okay, da laufe ich jetzt auch schnell weiter. Das Menü heute mit Fisch & Chips, Beef & Potatoes, Pie & Cookies. Warte auf mir. Warte auf uns. Warte halt. Irgendwie einfach warten. Da ist ein Pferd. Ich kann verschiedene... Marken kaufen. Marken kaufen. Tschüss. Nichts Wichtiges. Da, den Kuchen aufgegessen. Nein, es liegt schon wieder. Felix, irgendwas stimmt heute nicht mit dir. Mit mir schon. Nein, irgendwas stimmt mit dir nicht. Alter, warum dieses... Ach, Mensch, Felix. Kann jemand mal mit meinem Minecraft reden? Weißt du, mein Gott von Felix, du machst es jetzt mal hin. Ich habe die ganze Zeit auf der 1.7 wahrscheinlich gespielt. Das haben wir dir vorher noch gesagt. Nein, ich habe es gemacht. Aber wenn das Ding immer abgestürzt ist, hat sich das auf das andere wieder zurückgesetzt. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Kann es deswegen gewesen sein, ja, gell? Ich denke. Nicht, nicht so möglich. Hey, hier ist ein Pferd. Vom Knochenmark, glaube ich. Ja, das ist mein Pferd. Ich komme natürlich... Kuchen weg, oder du bist tot. Du hast brauchen wir leere Glasflaschen. Na ja, mal gucken. Ich habe eine neue Steinachst. Ich habe eine Leine und ein Schummsmacher. Ich habe eine Eisenachst. Oh, hier sind wir beide. Was ist der Unterschied zwischen Trap und Spinnenweben? Neine Ahnung. Trap habe ich aber meine Standardausrüstung bekommen. Ich wahrscheinlich auch. Mein Hühnchen. Och, Leute. Irgendwas verkraftet mein Minecraft nicht mit dieser Map. Hm. Uh. Das ist ziemlich, äh... Ein ziemliches Armutszeugnis, wenn dein Rechner das nicht packt hier. Ja. So, wir sollen in Zimmer 102. Ich stehe vor Zimmer 102. Ah, einen Moment. Na, ich untersuche erstmal die anderen Zimmer. Das ist bestimmt irgendwo was zum Weefen mit drin. Ah, das sowieso. Smaragde. Wie viele hast du? Ich bin jetzt bei 19. Ich bin bei 40. Ich habe aber auch einige ausgegeben. Ich bin bei 16. Ich habe gerade 10 ausgegeben. Ich habe Kleidung. Ich habe eine ganze Menge Essen. Oh, wer hat ihn jetzt angesprochen? Welcher Idiot. Ich habe nicht angesprochen. Ich habe eine Kiste geöffnet. Irgendwer ist auf jeden Fall zu ihm reingelaufen. Tut mir leid. Ich habe nicht auf die Nummer geachtet. Weißt du, ich warte extra auf euch. Was ist denn dieser scheiß Binary-Minecraft-Scheiß? Was hast du gerade noch geworfen? Was für... Achso, die Erfahrungsflaschen. Ist eigentlich eine gute Idee. So. I left a note for you. I might be listening. Level 6. Ha, ich habe 10 Blöcke. Auf Emerald. Ich habe mir schon die Smaragde rausgenommen. Und eine neue Karte. Braucht jemand grüne Kleidung? Nein. Und auch nicht die rote, die weiter oben liegt. Ja, die rote habe ich gerade genommen. Und deswegen habe ich jetzt die grüne über. Oh, Schnee, mir macht den Wasser einmal mit und die Axt. Hey, Mark. So, dann gucken wir mal, was er jetzt von uns will. First of all, my sensory condolences. Keine Ahnung, nie gehört. Your father was a good and trustworthy man. He told me he would send you to complete his last assignment. So, here is what I want you to do. North of St. Morden stands a Wizard Tower. In the basement of that tower, there is an old and useless machine. I want you to collect some parts of that machine. Namely, the redstone wiring and the redstone repeaters. I pay you 50 emerald per 16 pieces of redstone wiring. And 50 emerald per 8 redstone repeaters. Don't worry about the wizards. I've been told they are a way. To get to the Wizard Tower, go to St. Morden and follow the signs. Take the bucket of water to retrieve the redstone. Good luck. I have a bucket of water, go to St. Morden and follow the rules. By the way, if you happen to find any perfume, artbooks, crystal balls or quadrants, I'll be happy to take them off your hands. Sprich, bei ihm können wir ein paar Sachen verkaufen. Hat er mit dem Wasser einmal mitgenommen? Ja, go to St. Morden. Hallo. Hallo. Weil es gerade so still war. Ja, warum heute Mark aufzusp... Mark? Äh. Lol. User in your channel timed out. Lol. Was denn jetzt? Ja, ich glaube bei Mark hat es gerade Probleme gegeben. Weil Mark ist auch offline, dann ist er aus TS offline. Ich würde jetzt schauen, ob er die Aufnahme läuft, müsste ich die Aufnahme unterbrechen. Warten wir noch mal kurz und wenn er mag da nicht wiederkommt, dann... Ja. Ich mache ein Ende für heute, für die Aufnahme. Wir haben sowieso eine halbe, dreiviertel Stunde, das ist eine rechte Not dann auch. Aber warum leckt er so bei mir? Ich kapiere es nicht. Keine Ahnung. Kommt immer... ...dabei und... Äh... Lol, alter. Liegt bestimmt fünf Sekunden lang durch die Luft, wenn du mich schlägst. Lol, aber es ist jetzt bei Mark Phase, alter. Ich habe keine Ahnung, was mit Mark los ist. Aber dass ich in der 1.64 spiele, das kann es doch aber auch nicht sein, dass es so leckt bei mir deswegen, oder? Nee, das dürfte eigentlich auch nicht sein. Keine Ahnung, was bei euch los ist. Wie gesagt, bei mir läuft ja alles flüssig. Ja, aber vor allem nimmst du ja noch auf. Ja, und... Na gut, reißt das relativ... Aber meistens habe ich so ungefähr 20 FPS, das reicht schon, dass man sagen kann, das ist flüssig. Das war nicht die Perfekte, aber es reicht auf jeden Fall. Na, Fakt. Ausgesetzt, ich renne nicht die ganze Zeit gegen irgendwelche Gegenstände dagegen. Oh, jetzt. Oh, jetzt? Ja, jetzt. Aber es läuft immer am Anfang flüssig und dann ist irgendwas... Hm. Da hinten, das Haus sieht cool aus. Guck mal. Wo, 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 wo? Da. Da, von wo wir gekommen sind, ja. Au! Oh, Entschuldigung. Nee, wir sind von da gekommen. Nein, wir sind von da hinten gekommen. Nein, von da sind wir nicht... Nein, sind wir nicht. Nein. Ah, nee, von da sind wir gekommen. Ja. Äh, echt jetzt? Ja. Sind wir von da gekommen? Ja. Ach, das ist hier die Burg gewesen. Ah, alles klar. Ja, okay. So rennt es bei mir aus irgendwelchen Gründen in der Luft. Das sieht... Ah, jetzt bist du wieder auf dem Boden. Interessant. Hm. Ja, ich würde sagen... Warte mal, vielleicht hat Marc in WhatsApp geschrieben. Ja, genau, schau mal bitte. Der ist gleich wieder da, PC-Probleme, hat er geschrieben. Okay, dann unterbrechen wir bis dahin. Kurz die Aufnahme, weil wir nicht unbedingt das... Sonst langweiche euch. Ihr wisst, das ist mein liebe Zuschauer. Bis gleich. So, und dass du mir wieder... Ist dann alle wieder da. Toll. Ja, was toll. Das Spiel. Wo bist du denn? Da ist der Marc. Der war zuletzt irgendwo oben. Ja, ich bin da, wo ihr vorhin wart gerade. Warum kackt mein Java immer ab? Und bei mir ist Marc aus irgendwelchen Gründen zwei Blöcke versetzt. Marc ist bei mir gerade die Treppe außerhalb vom Haus hochgelaufen. Hm. 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 Geh schon mal die Straße ein bisschen weiter. Ja. Erkunde du mal die Gegend, genau. Lene Windmühle. Hui. Felix? Das ist ein kleiner Wasserfall. Ja. Habt ihr da was hingeworfen? Wenn du wieder reinkommst, müsstest du es aufnehmen, die fünf Pfeile. Die Marc ja nicht wollte. Nicht gegen mein Schwert. Dann wollte ich sie das so geben. Da wollte ich sie auch nicht. Was? Ich fängt diese... Okay. Die Farm ist unter... Dingsbums gedöhnt. Ich weiß, was ich meine. Könnt ihr alle lesen. Die ist von Banditen angegriffen. Die Farm da. Schöre Zombies. Wo kommen diese Zombies her? Wo kommen die her? User in deinem Kanal. Okay, wer ist das jetzt von uns beiden? Fuck. Hm. Ja. Scheiße. Interessant. Lol. Lol. Ich hab noch nicht mal ne eigene Singleplayer-Welt. Lol. Ich glaub aber mit dem Marc... Wenn das grad so rumspinnt, dann... Machen wir mal anders weiter mit dem Ding hier. Naja, müssen wir mal auf dem Marc kurz warten. Lol. Ja, aber wenn ich jetzt, äh... Na, beispielsweise wenn ich spiele, gell? Ja. Geht's. Also, es liegt nicht an. Mir wahrscheinlich. Liegt wahrscheinlich doch eventuell am Internet. Jo. So. Du warst, äh, jetzt ist wieder... Was? Ah, jetzt bin ich drin. Jo, so, dann werfst du noch mal die Pfeile hin. Bleib mal stehen. Aber wenn's... Da, die Pfeile holen sie dir. Da, am Flur. Dankeschön. Bitte. Aber wenn's am Internet liegen würde, da würdest du doch nicht immer Java anzeigen, oder? Stimmt, das klingt eher nach Java, dass dein Java rumspinnt. Aber Java braucht Internet. Nein. Nee, brauchst nicht. Aber jetzt geht's gerade, dummischerweise. Pff, merkwürdig. Ich lenk doch Marc. Genau, Marc ist schuld. Marc hat Einflüsse auf mein Java. Genau, Marc ist schuld. Wenn irgendwas jetzt stimmt, Marc ist schuld. Was? Was bleibt der jetzt eigentlich? Naja, sein PC ist bestimmt wieder abgeschmiert. Ei, 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 ei. Ich glaube, wir brechen die Aufnahme wirklich am besten ab und machen dann mal weiter. Wir haben jetzt eh schon über eine Dreiviertelstunde aufgenommen, also. Ja, er hat auch gesagt, äh, das macht keinen Sinn. Er hat auch gesagt. Also, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Wenn wir dann hier weitermachen, wahrscheinlich kommt erst mal Season oder so. Mal schauen. Bis dahin. Ciao. Felix sagt ciao. 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 Ciao.